Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Du hast nur ein letztes. Fertig. Klaren Moment. Na hier bitte. Welches Foto du am besten bildest? Verpaste ich jetzt mal das Foto in die Postkarte. So sieht die Postkarte aus. Soll ich sie nun verschicken? Okay. Stopp. Schuhe das Sie die Data an, hohe das Foto in die Realität Adresse bei, an welche ich die Karte versenden soll. Wenn du mehrmals beide anliegst, dreier Realität Adresse für mich hierher zuuchen. Bitte bieb noch einen kleinen Toast ein. Moment, ich versende die Postkarte. Ich habe die Postkarte versendet. Ich hoffe, sie gefällt euch. So überdäumt ihr gut lauter. So überdäumt ihr gut lauter.